Liebe Minderinnen und Mindener, auch heute gebe ich Ihnen wieder ein Update aus dem Rathaus. Auch wenn unsere Türen zurzeit geschlossen sind, arbeiten wir natürlich für Sie weiter. Aktuell organisieren wir unsere Arbeit so, dass wir unseren Service so gut wie möglich aufrechterhalten können. Sie können Ihre Ansprechpartner telefonisch erreichen oder besser noch per E-Mail, da unsere Telefonleitungen auch überlastet sein können. Gehen Sie einfach über unsere Internetseite www.minden.de. Dort finden Sie alle Informationen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Einige Services stehen Ihnen natürlich auch online zur Verfügung. Ich möchte heute aber auch ein Wort an die Minder Wirtschaft richten. Das Coronavirus stellt für zahlreiche Unternehmen und Selbstständige aus Minden eine sehr große Herausforderung dar. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen für Unternehmen und Selbstständige im Zusammenhang mit dem Coronavirus recherchiert und zusammengestellt. Diese sammeln wir auf unserer Internetseite www.minden.de. Arbeit-Wirtschaft-Standort. Dort gibt es unter anderem Informationen zu Kurzarbeit, Krediten, zur Liquiditätssicherung und steuerlichen Entlastungen. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftsförderung stehen Ihnen ebenso für Fragen zur Verfügung. Ich bitte auch Sie zu schauen, wie Sie sich einbringen können, um andere zu unterstützen. Viele tun das bereits. Für dieses Engagement danke ich Ihnen sehr. Morgen sehen wir uns hier wieder. Ihr Michael Jecke